So Leute, da bin ich mal wieder mit einem kurzen, aber knackigen Infovideo, denn wir haben ja heute dieses Horizon Zero Paket reinbekommen mit dem Skin, den wir hier gerade sehen. Aber von dem Skin gibt es auch noch eine zweite Stilvariante, allerdings bekommt die nicht jeder. Jetzt kommt natürlich das Unfaire an der Sache, weil ich zeige es euch gerade, das Ganze ist nämlich exklusiv nur für die Playstation 5. Das Ganze hat 10x wieder hochgeladen, wir gucken uns das Ganze mal gerade an. Ihr seht es gerade, diese Low Skin Skill ist exklusiv für Playstation 5. Ja, bedeutet nur Playstation 5 Besitzer werden diesen Skin bekommen, beziehungsweise die Stilart. Ist natürlich irgendwo in der Hinsicht ein bisschen unfair den normalen Spielern gegenüber, aber wir dürfen eins nicht vergessen, von so Kooperationen lebt halt auch Epic Games. Und ich sage immer wieder, das Spiel ist für uns zum Spielen komplett kostenlos. Wer Geld reinsteckt, ja, das sage ich mal ganz ehrlich, muss man nicht, kann man aber. So, wir gucken uns den Stil nochmal gerade genauer an. Ist okay, aber ich sage jetzt mal ganz ehrlich, den Skin muss man sich so oder so kaufen und so schwer verändert. Verändert finde ich den Skin jetzt auch nicht. Also ohne Quatsch, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Wie findet ihr das Ganze, dass Playstation 5 Besitzer halt wirklich diese Skinart, nur den Stil kostenlos dazu bekommen, nicht den Skin? Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein. Einen. 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 Einen.